Moin Leute, was geht? GermanMotovlogs am Start. Wir fahren jetzt nach Finsterwalde und was genau wollen wir da machen? Dennis, klär mal. Wir werden dann meine erste eigene Kacke abholen. Was genau für eine Maschine? Das zeigen wir dann. Das zeigen wir dann. Also wir sehen uns wieder, wenn wir da sind. Ja, wir sind jetzt angekommen in Finsterwalde. Manche werden es wahrscheinlich wissen, wo wir genau sind, aber Dennis wird dazu dann definitiv noch mehr sagen. Ja, ich denke, man ist auf jeden Fall zufrieden. Wir warten jetzt einfach mal auf Dennis, nicht? Oh Dennis, dann sag mal was. Ja, ich habe mein neues Spielzeug abgeholt. Das ist eine 250 Kubik Kawasaki geworden. Fiat hat natürlich. Ich bin stolz die Bolle gerade. Jetzt müssen wir zusehbar nach Hause kommen, beziehungsweise zur Strecke. Deine Maschine noch aufladen. Was hast du für eine? Ich habe eine Honda CRF 250. Baujahr 2012, 2013 ungefähr. Ja. Meine ist jetzt so, die hier ist jetzt so Baujahr 2018. Eine gebrauchte Maschine. Weil ich wollte mir jetzt erst mal keine neue holen. Jetzt bin ich aber auch heiß zu fahren heute. Ja Leute, wir sind jetzt seit drei Stunden ungefähr auf der Strecke. Und ja, was soll ich sagen. Dennis dreht völlig am Rad. Für das erste Mal richtig Motocross fahren. Ja, was soll ich dazu sagen. Fährt eigentlich relativ gut, muss man sagen. Er hat sich schnell an die Maschine gewöhnt. Und ja, man sieht ja jetzt hier. Also ich denke mal, er ist zufrieden mit dem Ding. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich sage jetzt schon mal Entschuldigung an seine Freundin. Ich habe damit nichts zu tun gehabt, ja. Äh, ja. Was will man sagen weiter. Der Junge ist glücklich, kann man sagen. Glücklich. Genau. Juh. Na dann, sehen wir uns später nochmal. Na dann, sehen wir uns später noch mal. Ja, Verste wallt. Ja, VerstehtII. Ja, layoutschguard. Auf сл透. Ja, jetzt dinosaur. Na dann, sehen wir uns später hinzufingen. Untertitelung des ZDF, 2020